So, liebe Leute, bald ist es fertig für heute. So, ich baue noch kurz einen Netterpod. Ne, machen wir nicht. So, liebe Leute, das war eigentlich die... Pff, naja. Eine Folge, zwei Folgen, keine Ahnung wie viele es war. Ich vermute eine Folge. Ähm, von Let's Play Minecraft. Die haben hier noch einen Eingang. Ja, wäre natürlich ein bisschen schöner gewesen, hier mit noch anderen Leuten, aber... Ja. Wenn sich Feuerkehner auch aufregt, dann regt das sich auf. Er will immer was anderes spielen. Wenn wir Fortnite spielen, wir GTA oder Minecraft spielen. Und wenn wir GTA spielen, wir können... Gut, ich will kein GTA, egal. Ähm. Warum nicht? Hier ist 4. Und du gehst jetzt auf, oder was? Genau. Ja. Also, liebe Leute, vielen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Oder bis in ein anderes Video, wohl eher. Danke fürs Zusehen. Tschüss. 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 Tschüss.